Meine Lieben, ich bin bei der Arbeit, wie Sie mich hören dürfen, bin ich ein bisschen leicht verkühlt, ist kein Wunder, und mich auch. Ludwig! Und, ja, wie gesagt, werde ich gleich verkühlt, meine Lieben und vielleicht wenig, und ich wollte euch nur sagen, dass ich heute wahrscheinlich sehr viele andere Videos machen werde, ich werde auch wieder Salomon-Videos raufladen, oder Emmas Chatroom, egal was, auf jeden Fall werde ich heute ein paar mehr Salomon-Videos raufladen, mehr sogar, von Emmas Chatroom, und, ähm, Entschuldigung, ähm, ja, wie gesagt, ich werde das schauen, wie ich das schaffen werde, und am Samstag werde ich Aki-Con, ja, habe ich schon öfter gesagt, aber ich sage es nochmal, und vielleicht gehe ich entweder heute oder morgen gehe ich Schuhe kaufen für mein Uranus-Kostüm, okay, bis dann, eure Salomonus, tschüss!